365 Tage 24-7 stellen unsere Landwirtinnen und Landwirte ihr Fachwissen, ihr Können, ihre Leidenschaft, ihr Know-how für uns alle zur Verfügung. Wir sind alle Verbraucher und die Wertschätzung, die unsere Landwirte, insbesondere in den letzten zwei Jahren während der Corona-Pandemie unter Beweis gestellt haben, verdient Anerkennung. Als direkt nachgelagertes Unternehmen freuen wir uns natürlich über den ersten Aufschlag, organisiert vom Forum Moderne Landwirtschaft für mehr Wertschätzung in der Landwirtschaft. Wir als AgriV wünschen uns und auch ganz sicher für den bäuerlichen Berufsstand, für die Zukunft Verlässlichkeit und klare Rahmenbedingungen, damit wir auch in Zukunft uns als Verbraucher noch mit hochwertigen Lebensmitteln hier aus Deutschland versorgen können. Ich freue mich, dass wir jetzt mit Werbespots unterwegs sind für die deutsche Landwirtschaft. Es kommt rüber, wie nachhaltig wir wirtschaften, wie vielfältig die deutsche Landwirtschaft ist und natürlich kommt auch rüber, was wir für die Zukunft brauchen, dass wir verlässliche Rahmenbedingungen brauchen. Und natürlich wünsche ich mir in dem Zusammenhang, dass die Landwirtschaft auch in Zukunft zusammenhält, dass wir gemeinsam weiter nach vorne gehen und versuchen, die Zukunft mitzugestalten.